Tapier Granduc, Großherzog Tapier, zeigt den Kunstkritiker, Sammler und Kurator Michel Tapier, der sich vehement für die zeitgenössische Kunst nach dem Krieg einsetzte und den Begriff des Informell prägte. Für dieses Porträt hat Jean Dubuffet als erstes Teer, Gips und Zement auf die Leinwand aufgetragen, Zentimeter dick. Dann skizzierte er mit wenigen Strichen das Gesicht. Kleine, eng beieinander liegende Augen starren uns an. Die Ohren stoßen fast an die Ränder der Leinwand. Damit ein Porträt für mich wirklich funktioniert, darf es kaum ein Porträt sein, an der Grenze zum Nicht-mehr-Porträt. So schrieb Dubuffet an einen Künstlerkollegen. Mit Bildern wie dem Tapier-Porträt stellt er die vielleicht wichtigste Frage des Informell, nämlich ob und wie das Abbild des Menschen nach den Gräueln des Zweiten Weltkriegs noch Gegenstand der Malerei sein kann.